So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn ein Event ist gestern gestartet. Gestern war Mittwoch, heute ist Donnerstag, wenn ich das in der richtigen Reihenfolge aufnehme. Und bevor diese Umweltwoche gestartet hat, wo jetzt dieser super geniale Affe überall spawnt, gab es ja das Frühlingsevent. Und das Frühlingsevent, ihr wisst das, da liegt der Hauptaugenmerk natürlich auf Eiern, Eier ausbrüten, 2 Kilometer Eier, ganz viele Brutmaschinen kaufen permanent, die so schnell aufgebraucht sind und du nur 1 Kilometer brauchtest für die 2 Kilometer Eier, wo die ganzen Babys drin waren mit ihren Blumenkränzen. Und jedes Jahr aufs Neue, man denkt, man verpasst was, dann ist es das Jahr danach wieder drin und man jagt gezielt immer gefühlt ein einzelnes Pokémon, was da neu drin ist, obwohl man die anderen eigentlich schon alle hatte. Und dann wieder hier und dann wieder da, wer aber natürlich letztes Jahr gar nichts bekommen hat, hat dieses Jahr gleich richtig zuschlagen können. Ihr habt vielleicht die Raider Mittwoch Folge von gestern gesehen, da waren so viele Hunderter Babys drin, da waren so viele Shiny Babys drin und ich möchte euch auch mal zeigen, was habe ich denn circa im Frühlingsevent gebrütet, welche Shinies oder Hunderter habe ich bekommen. Und ich kann jetzt schon sagen, ich habe ein Shiny bekommen, das ist für mich momentan das genialste, wertvollste, krasseste Shiny, was ich hätte kriegen können. Vorab gehe ich jetzt aber mal hier drauf, habe das jetzt mal sortiert, gehe mal auf ausgebrütet und fange mal mit euch an. Ich will mal auf 4 Sterne gehen, da wisst ihr ja, das sind 17. Das ist auch eine kleine Statistik für euch nochmal, wenn ihr auf ausgebrütet geht, seht ihr ja alle Pokémon, die aus Eiern kamen bei euch. Und jetzt habe ich 4 Sterne zusätzlich eingegeben, damit ich sehe, wie viele Hunderter habe ich auf diesem Account jetzt noch, die aus Eiern gekommen sind. 17 Stück. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele ausgebrütete Hundos ihr habt. Bei mir sind 17, ich mache das jetzt hier drauf, wir gehen das zusammen mal durch. Und das ist von der Reihenfolge her jetzt vom Ältesten zum Neuesten. Damit ihr auch mal meine Übersicht seht, was ich damals bekommen habe, bis wir zum aktuellen aus diesem Frühlings-Event aus dem Vergangenen sind. Kommen. Tun. Ich kann nicht mehr richtig reden. Hier seht ihr zum Beispiel ein Togekiss. Okay, ich habe damals ein Togekiss gebrütet, ein Hunderter. Ich war so stolz darauf. Ich habe das direkt gemaxt auf 40. Mittlerweile ist es auf 50. Das nehme ich so oft für die Meisterliga zum Kämpfen. Ist sogar noch von 2018. Hier habt ihr einen Alola Mautzi, was ich damals gebrütet habe. 24.6.2018. Ein Porygon gab es auch mal. Das war, glaube ich, in der Zeit, wo man die kontinentalen Eier gebrütet hat. Für Tauros, Kangama und so weiter, ich diese 24 Folgen gemacht habe. 18 Eier, Folge 1 bis 24. Und da war mittendrin ein Porygon mit 100%, was ich mittlerweile natürlich auch hier ein bisschen hochgezogen habe. 15.9.2018. Ich habe einen Kindwurm damals gebrütet. Im Oktober 2018. Mittlerweile Bruderlander. Dann haben wir hier noch einen Plinfa gebrütet. Wir haben einen Isso gebrütet. Babys sind auf jeden Fall immer sehr cool. Die kriegt ihr nämlich nur aus den Eiern. Während alle anderen Sachen wie hier Plinfa könnte man am Seeday natürlich auch wild fangen. Wir haben aber einen Isso. Habt ihr auch einen 100er Isso aus dem Ei? Schreibt es mir in die Kommentare. Die Babys interessieren mich besonders. Das nächste Baby, Pi. Auch Pi habe ich hier 2019 als Baby bekommen. Ein Klick gibt es ja auch nur in Eiern. Dann auch bekommen als 100er. Molly Morba, Vonera mit Blumenkranz damals. 5.4.21. Also vor einem Jahr im April gab es auch so ein Frühlingsevent. Dann Azuril ist auch aus dem letzten Frühlingsevent. Togepi, nochmal, auch wieder aus dem Frühlingsevent. Ein Sundan, was ich mittlerweile auf Level 50 gepusht habe. Magbi, das nächste Baby. Elekid, wieder das nächste Baby. Fluffeluff, das nächste Baby. Und nochmal Azuril. Die letzten beiden, das seht ihr schon am Datum, sind von diesem Event gewesen. Vom Frühlingsevent 2022. Der 14. und der 15. Das heißt, ich habe wieder zwei neue Hunderter Babys bekommen mit Fluffeluff und Azuril. Obwohl ich Azuril ja schon hatte. So. Das wirkt jetzt erstmal nicht so spektakulär. Wie gesagt, 17 Hunderter sind da drauf. Jetzt möchte ich aber die vier Sterne weg machen und möchte mal auf Schillernd gehen. Denn ich habe ja gesagt, ich habe was Schillerndes gebrütet. Was ich mega genial finde. Und Ultra, das ist das Beste, was mir hier passieren konnte. Ich mache es spannend bis zum Schluss. Wirklich. Ich habe zum Beispiel auch die Taktik gehabt, ich habe nicht jetzt 10 Millionen Brutmaschinen genommen. Und habe die alle da drauf gepfeffert. Ich habe wirklich nur den unendlichen Brüter genommen. Und habe immer nur ein Ei nach dem anderen gebrütet. Immer ein Kilometer. Das nächste Zweiei, ein Kilometer. Das nächste Zweiei, ein Kilometer. Ich habe nicht meine ganze Kohle da rein gepulvert. Ich bin ja ein Raid-Spieler. Ich jag die Legendären. Bei den Eiern habe ich es diesmal ruhig angehen lassen. Da in den Eiern eigentlich nichts drin war, was ich noch nicht habe. Habe ich gedacht. Bis ich das bekommen habe, was ihr dann am Ende seht. Aber was haben wir sonst so aus Eiern für Shinies bekommen? Hier habe ich mal aus einem 10 Kilometer Ei ein Shiny Dratini bekommen. 2018. Sieht man auch hier unten erhalten. Hildburghausen, Thüringen, Deutschland. 2018 November. Dann gab es hier ein Togepi Shiny. Ich habe so viele Togepi Shinies gebrütet damals, dass ich auch die für die Familien immer durchentwickelt habe. Magpie Shiny natürlich, Knospi Shiny, Magbrandt war ja auch ein Magpie. Habe ich dann auch durchentwickelt. Ist so Shiny. Togekiss war wieder ein Togepi. Auch durchentwickelt. Alles noch von 2018. Danach, gleich im Januar 2019, schon wieder ein Togepi. Das durfte ich dann endlich so lassen. Dann haben wir ein Elekid gehabt, was wir auch durchentwickelt haben. Ein Azumarill. Also ein Azurill. Pichu. Azurill. Kusilla. Wuingnau. Diktri. Also, ja, Diktar. Ihr seht immer das Datum. Wir sind noch bei 2019. Nochmal. Iso. Kusilla. Wenn die entwickelt sind, ist es ein bisschen. Elekid. Muss man umdenken im Kopf. Elekid. Fluffeluff. Wieso habe ich das? Achso, ich habe damals die Babys gesammelt. Ja, musste ich für die Familien natürlich damals auch. Ging damals nicht anders. Damals musstet ihr, wenn ihr das Baby hatte, das dann so durchentwickeln. Ja, das war eben ein bisschen. Sandan. Sandamakusilla. Pichsi. Fluffeluff. Sichlor. Slimer. Äh, Pichu. Mit Ashcap. Vulnona. Snowbillicat. Mauzi. Elevoltec. Pi. Wulpix. Mobai. Merrill. Wohin genau. Iso. Slymog. Mogelbaum. Labras. Shiny aus dem Ei. Sneebel. Magby. Pantimimi. Pichu. Mit Weihnachtsmütze. Wumpel mit Partyhut. Gorgler. Pichu mit Partyhut. Elekid. Äh, Lucario. Riolu. 2020. Wonera. Ohne. Ohne Blumenkranz. Wann das ist? Februar. Und das ist dann schon wieder April. Da gab es schon wieder Blumenkranz. Pichu. Blumenkranz. Togepi. Blumenkranz. Lucario. Ohne Blumenkranz. Das war das Event, wo es die Oriolo in den Eiern das erste Mal, glaube ich, mit drin war. Und gleichzeitig die anderen ihre Blumenkranz hatten. Und alle haben gesuchtet und wollten das gelbe Riolu. Skorkler hier. Pichu schon wieder. Mit Weihnachtsmütze. Barschwa. Barschwa. Pichu. Mit Neujahrshut. Knospi. Knospi. Pichu mit Kranz. Mautzi. Raichu mit Kranz. Azuril. FC Meri. Was für ein seltener Pokemon-Name. Habe ich damals durch einen Tausch bekommen von FC Meri beim letzten, ja, Frühlingsevent. Ein Shiny. Vonera mit Blumenkranz. Habe dieses Jahr deswegen gedacht, brauche ich nicht. Habe ich schon. Danke an FC Meri nochmal an der Stelle. Dafür sind Trades da. Ja, warum nicht? Wenn ich hier an Margot FedEx denke, der gleich drei Stück dieses Jahr gebrütet hat. Habe ich kein einziges davon. Dann hier Geronimatz. Auch gebrütet. Praktibalk. Gebrütet. Hier auch aus dem 10 Kilometer Ei. Gebrütetes Praktibalk. Wir kommen immer näher. Absol, 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 Skalük, Elekid, Pichu, Jurob, Pichu. Das kann sein, dass das jetzt, ist das jetzt hier? 15.04.22, Pichu. Das ist von diesem Jahr Frühlingsevent. Pichu. Und jetzt haltet euch fest. Es dürfte nur noch ein Pokémon kommen. Und ich war so aus dem Häuschen, weil ich die ganze Zeit nur an die zwei Kilometer Eier gedacht habe, dass ich ganz vergessen habe, dass ja in den fünf Kilometer Eiern ein Pokémon drin ist. Was als Shiny eingeführt wurde. Was ich noch nicht habe. Was bei der Jodotour frisch reinkam. Und es ist dieses Rabauts. Dieses Rabauts habe ich jetzt im Frühlingsevent bekommen, weil ihr ja nicht nur zwei Kilometer Eier bekommen habt. Ihr habt zwar vorwiegend zwei Kilometer Eier bekommen, aber es war auch möglich, dass ihr fünfer oder zehn Kilometer Eier bekommt bei dem Event, wenn ihr gedreht habt. Und ein fünf Kilometer Ei war dabei. Ich dachte, naja gut, das dauert jetzt wieder ein bisschen länger, bis das schlüpft. Und dann ist da einfach ein Shiny Rabauts drin. Das war mein persönliches Highlight aus dem Frühlingsevent. Alle anderen Babys habe ich schon als Shiny. Alle anderen Shinies an sich sind theoretisch auch da. Ich habe gedacht, Rabauts, ja jetzt ist das wieder neu. Joto Event, genau das fehlt mir. Oh mein Gott. Aber durch das Frühlingsevent, jetzt durch Zufall, durch das viele Brüden, ist jetzt auch Rabauts da. Und das trotzdem mit dem unendlichen Brüter. Ihr seht, hier ist es vorbei. Das war es. Wenn man das jetzt also ordnet, wirklich nach der Zeit. Seht ihr, das sind die letzten Sachen. Pichu und Rabauts aus dem Frühlingsevent. Und das ist alles. Das ist mein persönliches Highlight. Das war ein bisschen meine Ausbeute. Also wir hatten zwei Hunderter und wir haben zwei Shinies bekommen. Das wirkt erst mal nicht so viel. Aber die Hunderter, die ich bekommen habe, denn das eine habe ich ja noch gar nicht gehabt als Hunderter. Und das Shiny, was ich hier habe, ist auf jeden Fall für mich der beste Abschluss vom Frühlingsevent gewesen. Habt ihr auch schon einen Shiny Rabauts? Hat es euch auch Spaß gemacht zu brüten? Und wie findet ihr die aktuelle Umweltwoche? Schreibt es mal in die Kommentare. Sonst war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.